Hallo alle zusammen hier bei Minecraft Minigames und wir spielen jetzt Guess It zusammen mit der Community von Anne. Und zwar mit dabei ist zum einen die Anonymous und dann ist dabei die Cut-Helfer und Higashino Deutz ist auch mit dabei und Commander... Ne, nicht Krieger, Gamer, oder? Ich weiß es nicht gerade. Sorry. So ähnlich. Das tut mir leid. Und ja, die erste Runde ist schon am Laufen und ich habe es noch nicht erraten. Armbrust, das ist doch keine Armbrust. Ich bin so schlecht bei sowas, Entschuldigung. Donat, ja, genau so wird das geschrieben. Donat. Vielleicht geht es um den Herrn Donat. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ist jetzt wieder irgendjemand draußen? Ne, ihr seid noch da, ne? Ja. Der Fukashi ist da, der Fukashi ist da, kann man da. Gut. Ja. Was? Naja, ist klar. Ist klar. Da spielen sie wieder zusammen. Oh, der hat halt wirklich einfach Glück gehabt, dass er eigentlich Holz und ein Kreis ist, dass er sich zwingt. Ernsthaft? Nein. Okay. Hä? Wie kann das denn sein? Nein. Ah. Ja, schön. Ach, pff, ja. Wenn man falsch umsieht, ist es auch klar, dass man es nicht nehmen kann. Sorry. Ne, sie ist schlimm, ich hätte es ja selber drauf kommen können. Na. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, es war wunderbar bunt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Buchstabe, welche Farbe hat bei Google. Keine Ahnung. Weiß es echt. Seien hier. Ah. Na, oh Gott, warte. Ähm. Äh? Ich wills nochmal sehen, komm nochmal zu mir. Was ist das denn? Ich kenn das gar nicht. Ah, warte, was ist das? Hä? Ich hab zum ersten Mal erraten. Hä? Hä? Okay. Ich würd's dir ein bisschen geben, Anne. Harte. Okay. Wieso hab ich das nicht gesehen? Ach, das sah aber mir aus wie ein Blatt. Ah, nee, enttäusch mich nicht. Ich brauch Punkte. Ja. Komm, wir team. Ja. Hey. Das ist schlecht im Braun und das wird nexer. Aber auf jeden Fall nicht. Buh! Buh sie aus! Ja! Auf jeden Fall. Das ist ja so. Ja. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Hm. Okay. Ja. Das klingt gut. Wenn die Promotionen nicht mehr passen. Fällt dir mal danach erst wieder ein, wie ich's richtig bauen sollte. Ach, das kaff' dich. Oh Gott. Das ist richtig schwer. Ich weiß nicht. Noch sieben Sekunden! Ja, krieg ich aber nicht mehr hin. Vielleicht. Irgendwann Logo wahrscheinlich. Nee. Spiel. Keine Ahnung. Doch. Ich weiß nicht. Ah, manchmal sind's so... Na, ich hätte halt versucht, irgendwie so ein... Oh, okay. Okay, der ist schlecht. Der ist schlecht. So ist, Higashi, los! Ich weiß nicht, wie das bauen sollte. Los. Hä? Versuche schon, über euch zu fliegen. Da unten, ja. Wie war ich? Äh, wie baue ich das denn? Hm. Okay, ich hab keine Ahnung, wie ich's da jetzt bezeigen soll. Äh. Ah. Ich muss ja immer sagen, ich hab wenigstens was gebaut. Ich hab wenigstens was gebaut. Ich seh jetzt gerade. Was? Komm schon, irgendwas! Du hast noch 30 Sekunden, das macht genug Zeit. Ich weiß nicht, wie ich bauen soll. Also einfach, los! Irgendwas ist besser als nichts. Okay, ich muss es... Ob es jungfrei ist, weiß ich nicht. Hä? Was? Nee. Ah, Po war dann doch gar nicht so, äh, so falsch. Nein, Po war nicht falsch. Hintern. Ich hab halt versucht, meinen Hintern euch zu zeigen. Auch nicht falsch, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber er kann sich ja schlecht bücken. Ey, jemand der nicht weiß, was das fand, ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das sind noch Blumentöpfe, was er da drauf macht. Ja. Ja, das sind Blumentöpfe. Ja, ich weiß nicht, ach, denn das geht nicht. Hä? Mhm. Ja, man kann übrigens so Teppich machen oder so. Ja. Ach, die Runde ist schon zu Ende, okay. Ja. Ich war so schlecht. Mann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und coč hoffentlich bleiben auch noch alle mit allen anderen zusammen. und schaut noch in die beschreibung wegen der kanal links